Ist eigentlich deine Heizung wieder okay, Phil? Ja, dauerhaft. War kaputt? Keine Ahnung, die Heizung. Also nein, doch, die Heizung war die ganze Zeit der Meinung, dass sie so heiß wird, dass sie explodiert und hat sich deshalb abgeschaltet. Und jetzt habt ihr einfach die Sicherung überbrückt und dann ist es gut. Nee, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir eine neue Heizung. Oh wow. Das war ja eine einfache Lösung. Aber wahrscheinlich nicht die billigste. Das war bestimmt billig. Das ist mir egal. Ich war nur froh darüber, dass es so schnell ging. Ja. Also relativ schnell. Naja, so mit Handwerker kurzfristig kriegen ist ja, kann man sich ja nicht drauf verlassen. Und man hat schon irgendwann gemerkt, dass es Winter ist, wenn mal so drei, vier Tage gar keine Heizung geht. Ich weiß es, es tut mir leid. Ich mache Ihnen keine Vorhalte. Ich will Ihnen von Ihrer Beförderung berichten. Ich mache Sie wieder zum Kerk. So schnell werde ich aber nicht hier rauskommen, das wissen Sie, Sir. Aber Sie haben es verdient. Sich einer Kugel in den Weg zu stellen, wäre weniger mutig. Und noch dazu haben Sie bei Ihrer Heldentat niemand anderen in Gefahr gebracht. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Ich habe nicht hier weg, sondern sie Sexpitzen. Ich habe jetzt schon versuchen, eine Kugel zu fahren. Hallo beim Zylonen-Sender, heute mit Phil. Hallo. Und mit Ben. Hallo. Und auch dabei... Mario. Hi, Mario. Das war eine lange Pause. Ich muss überlegen, wie du heißt. Nein. Das war eine künstlerische Pause. Ich spreche heute. Kannst du mal das Mikro aus deinem Mund nehmen? Wie will ich im Schatten? Okay, zieh das durch. Okay, alles klar. Bin ich zu dieser Mikro? Ich bin Danny Crane. Genau. Da gab es einen tollen Zusammenschnitt von der Daily Show darüber, wie Mike Pence spricht immer so mit Pausen rein. Ja. Ich such da mal den Link raus. Das macht doch dieser andere bekannte Typ auch, der William Shatner-Imitator ist. Wie heißt der denn noch gleich? Mark Hamm. Ja, such das mal raus. Wer? Mark Hamm. Nein, den meine ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie er heißt. Aber ist auch so ein Comedian. Ja, Tim, was wolltest du uns sagen? Ich warte, bis Phil das rausgesucht hat. Ach so. Gut. Ich habe das rausgesucht. Gut gemacht, Phil. Dann können wir ja jetzt anfangen mit der Sendung. Denn es geht heute weiter mit Battlestar Galactica. Ich glaube, spätestens jetzt haben alle abgeschaut. Gut, hören wir auf, wie William Shatner zu reden. Auftrag ausgeführt heißt die neueste Episode von Battlestar Galactica. Auf Englisch The Passage. Gibt es eine Doppeldeutigkeit, Phil? Siehst du irgendwo eine Doppeldeutigkeit? Nö. Gut. Wie war der deutsche Titel? Auftrag ausgeführt. Nein. Okay. Ich sehe doppelt so wenige hier. Gehirne bei der Übersetzung. Doppelt so wenige ist halb so viel. Ja. Das ist ein Rätsel für die Zuschauer. Schreibt das bitte in die Kommentare. Das ist schon verraten. Oh Mann. Spoiler. Die Erstausstrahlung in den USA war am 8. Dezember 2006, eine Woche nach der letzten Folge. Die Erstausstrahlung in Deutschland war am 25. Januar 2008 erst. Auch eine Woche nach der letzten Folge. Regie führte Michael Nankin. Und das Drehbuch ist von Jane Aspenson, die auch einen Wikipedia-Artikel hat. Interessant. Hat sie selbst angelegt wahrscheinlich. Sie hat maßgeblich zu Buffy beigetragen. Oh, dann mag ich sie. Weil das vom Gleichen ist, der auch Firefly gemacht hat, oder? Joe Sweden. Ist das nicht auch von Joe Sweden? Yes. Yes. Bei Once Upon a Time war sie auch. Capricat hat sie auch geschrieben, sehe ich gerade. Also bei dieser Vorgeschichtserie da. Die Kurzserie. Achso, okay. Ich sehe gerade, dass sie auch für Firefly Aufbruch der Serenity geschrieben hat. Mhm. Und Star Trek das nächste Jahrhundert. Also bekannte, bekannte Fanfiction. Für Star Wars schreibt es hier auch. Aha. Star Wars Detours. Was ist denn das? Detours. Was ist denn das? Detours. Genau. Aber ich weiß auch nicht, was das ist. Okay, scheint irgendwie eine Animation zu sein. Okay. Achso. Statt nach der Verarschung von Star Wars eher. Was? Ja, sie hat irgendwie im Comedy-Bereich angefangen. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen abkürzen. Kommen wir zurück zu Auftrag ausgeführt, The Passage. Und Ben? Du wolltest die Zusammenfassung geben. Habe ich da recht? Ja, natürlich. Wie immer, Tim, hast du recht. Genau, die kurze Zusammenfassung. Vielleicht nicht in fünf Sätzen, aber ich versuche mich kurz zu halten. Die menschliche Flotte, also die zivile Flotte hat Nahrungsprobleme, weil anscheinend die noch verbliebenen Nahrungsmittel auf irgendeine Art und Weise kontaminiert sind und deswegen nicht mehr genießbar sind. Und der Flotte verbleiben eben nur noch wenige Tage Nahrungsmittel, bevor die Menschen anfangen zu verhungern. Und deswegen hat man sich aufgemacht, neue Nahrungsmittel zu suchen oder eben Quellen neuer Nahrungsmittel zu sichern und ist auf einen Planeten gestoßen, auf dem wohl eine genießbare Art von Algen wachsen. Das Problem ist nur, dieser Planet liegt in einem System, das quasi von oben bis unten verstrahlt ist und die meisten Schiffe das nicht aushalten würden, durch diese Strahlung zu fliegen, weil die dann eben alle sterben. Und das ist halt doof, auch wenn man verhungert. Und deswegen nutzt die Galaktiker eben Raptors, um die etwas stärker beschilderten Schiffe durch dieses System zu schleusen, damit sie eben diese Algen abbauen können. Und während dieser Sprünge, die durchgeführt werden müssen, gehen immer wieder Schiffe verloren und die Raptor-Piloten müssen eben ihre zivilen Schiffe wieder suchen. Und eines der Schiffe, das verloren geht, wird eben von Catrain, also von Cat, geleitet. Und sie verbleibt halt auf ihrem Posten oder führt ihren Auftrag aus, wie die Folge eben heißt, und schafft es im letzten Moment, ihr verlorengegangenes Schäfchen wiederzufinden, wird dabei aber so verstrahlt, dass sie das Ganze nicht überlebt. Das war der terranische Teil. Und dann sind wir noch mal kurz auf dem Basis-Stern und sehen noch einmal, wie Balta zusammen mit Caprica 6 und Diana, Diana heißt sie genau, und Diana zusammen ist und wie er mit Diana darüber redet, wie sie nach Möglichkeit herausfinden können, wer diese Final-Five-Zelonen sind. Da beide unbedingt wissen wollen, wer das ist, und Balta sich immer noch den Wunsch hegt, dass er einer der letzten fünf Zelonen sein könnte. Ende. Okay. Vielen Dank. Also wir haben wieder eine Krise sozusagen. Eine Krisenkarte wurde getroffen. Genau, eine Krisenkarte wurde getroffen. Food was poisoned oder so was. Oder verstrahlt war es, glaube ich. Und nachdem wir in der Letzte, das Letzte war ja tatsächlich irgendwie so eine Füllfolge, kann man ja sagen. Und das hier ist tatsächlich jetzt wieder irgendwie Handlung. Also es geht jetzt weiter auf der Reise. Ja, wobei der Geschichte auch nichts verloren gegangen wäre, wenn es die Folge nicht gegeben hätte. Ganz im Gegenteil. Ja, der Geschichte wäre was. Stimmt, wir hätten doch jemanden behalten. Von daher geht der Geschichte schon was verloren. Durch die Folge, ja. Durch die Folge, ja. Ja, die Folge hat zumindest eine Auswirkung. Ja, das stimmt. Aber endlich gibt es mal wieder eine Krise, sagen wir mal so. Ja. Und zwar eine, die nicht gleich planetare Auswirkungen hat. Genau. Ich mag ja diese kleinen Krisen innerhalb der Flotte tatsächlich lieber, als wenn es da so ein Riesenproblem gibt, das, weiß ich nicht, 25 Cylonen-Schiffe beinhaltet. Es ist also keine Superkrise. Ja, es kommt halt immer drauf an. Es ist keine Superkrise, genau. Wer sich jetzt fragt, worüber wir reden, es gibt ein Battlestar Galactica-Brettspiel, in dem es immer wieder mal Krisen gibt, die über Karten gezogen werden. Und es gibt halt normale Krisen, also so was wie zum Beispiel, oh nein, wir haben nichts mehr zu essen. Oder es gibt eine Superkrise, in dem eine riesige Cylonenflosche auf die Galactica springt. Und das Spiel haben wir seit zwei Jahren, Battlestar Galactica-Podcast, noch nicht geschafft zu spielen. Nicht gespielt. Das ist leider ein bisschen traurig. Ja, das müssen wir wohl jetzt mal machen. Ja. Damit du Webcam oder was? Webcam? Nudecam. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie müssen wir das mal machen. Aber ich brauche da ein Visum. Bald ja. Wenn ihr so weitermacht, ja. Wir können uns ja alle in England treffen. Ah. Komm, können wir wieder zu irrealen Krisen gehen? Die sind nicht ganz so deprimierend. Anstatt zu normalen Dummheiten der Menschen. Ja. Ja, genau. Ja. Wenig Essen. Eine Essensquelle scheint in der Nähe zu sein. Genau. Da bin ich gar nicht drauf eingegangen. Es ist nämlich Athena, die mit ihrem Raptor diesen Planeten findet, weil sie als Cylonin eben in der Lage ist, diese Strahlung besser zu ertragen als die Menschen. Und deswegen hat man sie eben alleine in einen Raptor rausgeschickt. Oder sie hat sich wahrscheinlich freiwillig gemeldet, um eben nach neuen Nahrungsquellen zu suchen. Und sie findet eben diesen Planeten. Was dieses Strahlungsfeld ist, das wird ja gar nicht so richtig gesagt. Das ist egal, oder? Ja, das ist halt radioaktive Strahlung. Also ich hatte immer den Eindruck, das wäre ganz dicht an einem Stern. So sah das ja aus. Aber ich glaube, das sagen die nicht, was das jetzt wirklich ist. Also in der Wikipedia steht Highly Radioactive Star Cluster. Ah, also tatsächlich doch, okay. Weil das ist ja auch so ganz hell. Und ich dachte, das wäre halt ein Stern. Wird auch dann so sein. Wahrscheinlich. Und durch diese hohe Radioaktivität werden halt auch die Schiffe angegriffen, weil die Außenhaut sich eben massiv aufheizt. Und das ist eben das Problem, dass diese zivilen Schiffe das nicht aushalten können, weil die eben nicht stark genug gepanzert sind, um diese Hitze zu überstehen. Diese Erklärung verstehe ich aber nicht ganz, warum er da nicht außenrum kann. Also weil es ist ja Weltall. Ja. Ich meine, das wird da jetzt halt so gesagt. Ja, ist zu groß. Können wir nicht außenrum, aber. Ich glaube, das Problem, das die haben, ist, dass die einfach nicht mehr genug Zeit haben. Genau, die verhungern ja gerade. Also in der Wiki steht, sie hätten noch für sieben Tage Nahrung. Ich weiß nicht. Ja, und mit sieben Tagen, ja, okay. Wenn man sagt, sie haben nicht so viel Essen und haben auch gleichzeitig nicht genug Treibstoff, um irgendwie 200 Sprünge zu machen, dann, ja. Und vielleicht hätte es ja einfach drei Monate gedauert, bis sie außenrum geflogen wären. Da hätte der Lee wirklich abgenommen. Oh, da haben wir, das haben wir in der letzten Folge gar nicht gesagt, dieses wunderbare Zitat von Starbuck. Ich muss es jetzt einfach bringen. Was war es? Vor zwei Monaten hätte man Lee noch in den Ring rollen müssen. Okay, gibt es einen Punkt extra. Ja, das war schön. Drei Punkte. Nee, den haben wir schon. Ah, verdammt. Du hast es gemerkt. Ich habe mir das eine ganze Woche lang gemerkt. Ich hatte so ein bisschen auch am Anfang den Eindruck, da wäre so ein leichter Schnittfehler oder sowas drin. Vielleicht sollte das aber auch was bedeuten, weil man hat ja Boomer, es ist ja nicht mehr Boomer, sondern Sina oder wie? Athena. Athena. Ach, Athena hast du eben gesagt. Ja. Man hat ja Athena irgendwie dann so schon im Schiff drin stehen sehen, als würde das jetzt zerstört werden oder so. Und dann kam ein Schnitt und dann ist sie einfach gelandet. Oder habe ich das falsch interpretiert? Nein, ich habe es auch so gesehen. Das war sehr seltsam. Ja, die haben halt nicht gezeigt, wie sie zurückfliegt. Ja. Ich glaube, sie wollte auch immer springen wie Starbuck. Also fallen. Immer wieder. Kann sein. Okay. Und was man da auch schon in der Einführung sieht, ist, dass die solche, ich weiß nicht, ob das ein Dosimeter ist, aber sowas in der Art ist das ja. Ja, also so ein Prinzip, so eine Fotoplatte am Körper, mit der man sieht, wie viel verstrahlt die schon sind. Die hat mich an Takeshi's Castle erinnert. An die letzte Prüfung von der Burg. Wolltest du mit der Wasserpistole draufschießen, ja? Ja. Witzig. Ich habe erst heute einen Artikel über Takeshi's Castle gelesen. Und? Warum ging das? Bei Spiegel Online. Ja, genau, bei Spiegel Online. Den habe ich auch gelesen. Dass das damals so ein Mega-Erfolg für DSF war. Ich habe das damals auch geguckt. Und ich habe jetzt nämlich gedacht, dass die da auch in irgendeinem verstrahlten Gebiet einfach kämpfen. Ja, ja. Ja, Mann. Das haben die gemacht. Und ich war total schockiert, als ich irgendwann rausgekriegt habe, was dieser Takeshi Kitano noch so macht. Dass der richtige Filme macht. Ja, als Kind hat man ein bisschen doof geguckt. Und zwar richtig gute. Ja. Zum Beispiel? Jetzt in die... Battle Royale. Da kenne ich nur das Computerspiel von. Und der hat halt ganz viele japanische Mafia-Filme gemacht. Ja, genau. Von denen fallen jetzt die Titel gerade nicht ein. Nee, aber der hat halt wirklich viele Mafia-Filme gemacht. Ja. Ja, also, es spielt jetzt die thailändische Variante auf Comedy Central von der Gadget Castle. Okay. Ja. Ah, nee, das war schon okay. Ich habe auch früher Jackass geguckt, aber deshalb muss ich das jetzt heute nicht mehr machen. Haben die sich nicht immer mit diesen großen Wattestäbchen bekämpft? War das das? Auch, ja. American Gladiator. Ach, das war American Gladiator. Ah, das haben die da aber auch gemacht. Haben die da gemacht, oder? Überall. Ja, aber da wurden sie gleichzeitig noch mit Dingen beworfen. Okay. Ich weiß nur, dass das irgendwann ja auch bei Hot Shots oder so verarscht wurde. Das war American Gladiator. Ach so. Was die meinten. Ja. Okay. Okay. Ich kenne ja die meisten Sachen, so wie Star Wars und so, überhaupt nur aus der Verarsche. Ursprünglich. Star Wars. Ja, auch. Ich habe zuerst Baseballs geguckt. Wow. Lone Star. Okay, zurück zu Star Trek. Den Witz hast du letzte Woche erst gebracht. Ach so. Das ist nicht zulässig. Ich kann mich daran erinnern. Es ist gut, dass ihr beide so konsequent letzte Woche sagt, obwohl jeder weiß, dass wir das hintereinander aufnehmen und wir die Folgen in den zwei Wöchern gerütteln. Ich glaube, Phil ist gerade aus dem Chat geflogen. Okay, ich muss mir wirklich mal so einen Soundeffekt machen. Diese Hintergrundgeschichte von Cat fand ich gar nicht so super dramatisch. ähm, dass sie jetzt auch nicht gebraucht hat. Ich dachte, jetzt kommt was Ur-Positives. Fand ich gar nicht so unspannend. Nein, ich habe mich ein bisschen schwer damit getan, dass sie sich da so völlig von runterziehen lässt, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass es ja eine relativ gewöhnliche Sache ist, dass die Leute vorher irgendwelche anderen Sachen gemacht haben und auch der eine oder andere vielleicht nicht, äh, hauptberuflich Rentern über die Straße geholfen hat. Und dass es eben, ja, dass es eigentlich relativ normal ist, dass da auch unter den Piloten einige dabei sind, die früher kriminell waren einfach. Und dann kam halt hier Genozid und jetzt, naja, ähm, wie bei Lost auch neue Tabula Rasa habe ich auch. Tabula Rasa, genau. Und vor allem, nachdem sie ja auch schon Terroristen zum Präsident gemacht haben, ist vielleicht so ein kleiner Drogenkurier dann doch nicht mehr so spannend. Ja eben, ich meine, die hat halt Drogen geschmuggelt, das ist doch jetzt, klar ist es vielleicht nichts, was sie so, äh, womit sie Gespräche eröffnet, aber. Ich glaube, das war nicht mehr das Ausschlaggebende in der Folge, sondern eher, dass man halt angenommen hat, das sagt ja auch Starbuck, dass man eventuell, also dass diese Kuriere eventuell auch die Zylonen in die Kolonien so gebracht haben. Und das ist, glaube ich, eher das, sagen wir mal, das Dramatische. Das mit den Drogen ist, glaube ich, wurscht gewesen. Aber ich glaube, da haben die Autoren dann irgendwann halt auch gemerkt, dass es eigentlich Pillefalle ist. Eigentlich gar nicht so ziemlich. Und dann haben sie noch irgendwie eins draufgesetzt, was aber nicht so richtig nachvollziehbar ist. Und aber auch dieser Vorwurf ist so, ja, kann ja sein, aber ich nicht. Also, hm. Stimmt schon. Also, ging mir auch schon so ein bisschen so, dass ich jetzt meinte, ho, wenn das jetzt rauskäme, ich weiß nicht, ob sie dann nicht wollen. Dann meine Güte. Jägerpilot wäre. Wo sie ja so viele Piloten zur Auswahl haben. Dann wird da aber bestimmt sagen, nein. Jetzt fliegst du nicht mehr. Du fliegst keinen Jäger mehr. Dann haben wir halt einen Jäger mehr auf dem Schiff. Genau, es gibt wichtigere Jobs als weiter. Dann kann ich sofort wieder einen Trunk schmuggeln. Die Präsidentin möchte ihre Joints wieder haben. Die sind auf den Planeten geraten. Genau, wir hätten da auch noch einen Posten auf dem Schwarzmarkt frei. Ja. Ja, fand ich ein bisschen. Ja, war auch nicht so toll. Und auch, weil ich Kat so als Charakter eigentlich immer ganz ansprechend fand. Also, jetzt nicht der sympathischste Charakter, aber mir hat die eigentlich, immer ganz gut gefallen. Jan ja wieder nicht. Schade, dass Jan nicht da ist. Ja, mir aber auch nicht. Ich vertrete Jan und Mario. Dann brauchen wir Jan nicht. Ja, also, wie gesagt, ich meine jetzt nicht sympathisch im Sinne von, ich würde gerne mit der zusammen Zeit verbringen, aber die hatte halt einen Charakter. Sie war halt da. War jetzt nicht so ein blankes Ding. Nein, eben nicht. Die war nicht einfach nur da. Für mich war sie halt schon da und uninteressant. Die hatte, die hatte Eigenheiten und das haben nicht alle von denen. Also, die hat, die hat mehr als Hotdog, finde ich. Das auf jeden Fall. Hotdog ist tatsächlich nur da, damit er da ist. Aber der ist angenehmer zum Zuschauen als die Kat. Also, der ist ja wohl nix. Auf den kannst du ja projizieren, was du möchtest, weil er hat keinen Charakter. Aber Kat hatte... Jan, ich und du, wir wären keine Freunde. Ich rede auch wie Jan deswegen. Das ist schon lang durch mit uns, Mario. Das war der ersten Lost-Folge. Also, ich bin da mehr auf Filzseite. Das kann man ja kaum glauben. Ben, entscheidest du. Ich finde Kat tatsächlich auch interessanter. Ich finde Hotdog netter. Aber ich finde Kat interessanter. Fand Kat interessanter. Ja, ich finde, die war auch kein schlechtes Gegengewicht zu Starbuck. Nämlich auch eine, die sich nicht so unterbuttern lässt, sondern die zurückgibt. Ja, und vor allem hatte sie ja auch oft eher die richtigen Positionen im Gegensatz zu Starbuck. Also, die man nachvollziehen konnte. Also, die hatte schon was drauf. Ja. Die hatte quasi noch eine strahlende Zukunft vor sich. Fünf Groschen in die Wortspielkasse. Vor allem Groschen. Groschen. Oi, 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 oi. Die hatte es doch noch nicht Groschen, oder? Oder noch zehn Pfennigstücke. Ja. Das hat bei euch Pfennig geheißen. Nein, aber die Zehner-Münze hieß Groschen. Ja. Ich habe noch Milliarden Reichsmark-Scheine. Was? Noch? Ja, gar nicht. Naja, also wir hatten ja nichts. Persönlich von damals. Echt? Ich nicht. Ja, ich bin nicht so alt. Ich bin zwar so weise, als wäre ich so alt, aber ich bin nicht so alt. Ach, das wird nicht Groschen. Ich dachte nur wir. Also Groschen ist eine Umgangssprache für zehn Pfennig. Und das sagen vermutlich auch heute noch Leute für zehn Cent. Also bis auf meine Oma, die sagt immer noch Mark und Pfennig. Bei uns sind die Groschen sowas wie die Cent heute. Also eins bis hundert Haas halt. Ach so. Nee, Groschen war bei uns schon zehn. Zehn Cent. Also zehn Pfennig, nicht Cent. Ist ja auch egal. Wir hatten nur Groschen und Schilling. Ja, aber bei euch hieß das ja echt Groschen, oder? Das war ja nicht umgangspraßig. Das ist wirklich Groschen. Nein, nein, nein. Deswegen war ich nicht so verwundert, dass du das kennst. Ja, ja, ja. Okay. Wie sind wir jetzt auf Groschen gekommen? Ich glaube, in welchem coolen Wicht der Wortspiele. In das ihr irgendeinen komischen Spruch interpretiert habt. Ich weiß nicht, was ihr das gemacht habt. Wir werfen einfach fünf Mark in die Wortspielkasse. Alter, was? Ich habe übrigens fünf Mark neulich gefunden. Einen Schein? Nee. Ah. Münze. Eine Münze. Ah. Und die ist echt schäbig gegenüber Euro. Also, man hatte ja früher immer gedacht, fünf Mark, das wäre so ein wertiges Geldstück. Aber die ist total leicht gegen so ein Zwei-Euro-Stück. Wirklich. Und dabei sind das doch eigentlich zwei Euro fünf. Ich glaube, früher war da ja auch mal echte Silber drin. Das haben sie ja dann irgendwann rausgenommen. Und damit konntest du mir ja leisten. Aber herzlich Glückwunsch, dann kannst du ja zur Bundesbank gehen und das Ding umtauschen. Nein, die habe ich mir extra aufgehoben. Ach so. Und jetzt habe ich sie wiedergefunden. Ich habe mir von jeder Münze eine aufgehoben. Ja. Von jedem Schein. Ja. Gut. Zurück. Ja. Cat. 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 Wir können ja hier doch noch mal ein bisschen mehr auf die Handlung eingehen, wie in der letzten Folge, weil diese Folge hatte ja auch Handlung. Gerne. Nachdem, nachdem Athena zurückkommt, ähm, schmieden sie ja jetzt erstmal einen Plan, was sie machen. Weil sie hat ja was gefunden, das hast du ja schon gesagt. Ähm, aber es ist unheimlich schwer, da hinzukommen. Ähm, und das Problem ist auch, dass die Zivilschiffe, warum schaffen die das eigentlich nicht allein? Was ist denn da das Problem? Weil die alle zu... Die können, also da die ja nicht drum rum fliegen können, müssen die ja durchfliegen und in dem Nebel funktionieren diese billigen zivilen NAV-Computers. Ach so. Weil die einfach zu schlecht sind. Deshalb müssen die Raptor die da so durchlotsen. Genau. Und das ist ja auch erst eine Idee, auf die Adama dann gekommen ist, nachdem da so ein bisschen diskutiert wurde und alle anderen Ideen verworfen wurden. Und dann stellt er einfach irgendwie auf diesem Tisch den Raptor zu den Zivilschiffen und dann sagt Apollo, ah, du meinst das? Und dann haben sie eine Idee. Aber vorher war er voll dagegen. Nein, da stehen alle. Wir stehen alle. Ja, aber vorher war das doch ein ganz anderer Plan, oder? Den sie vorher erzählt haben. Und das war ja dann eine neue Idee. Ja, die hatten ja mehrere Ideen. Einmal, dass die Galactica alleine fliegt, aber die hätte halt nicht genug Platz, um genügend Nahrungsmittel zurückzubringen. Genau. Und, äh, ja. Ja, und der zweite Plan war, naja, wir fliegen halt alle durch, gucken, wer ankommt. Ja. Genau, das war auch nicht so. Also, als Adama dann den Raptor zum Schiff hingelegt hat, dachte er aber schon, hey, der Lee spricht gerade einen guten Plan aus. Ich tue so, als wäre das meiner gewesen. Ich hab den Jungen draufgebracht, ja. Ja. Das sah doch ein bisschen so aus. Das Problem bei diesem Plan ist nur, und das wird nachher nochmal wichtig, ist, dass zwar die Schiffe ja, die Zivilschiffe ja nur einmal durch müssen und deswegen die Strahlendosis noch vertretbar ist. Die Jägerpiloten, die aber ja immer wieder eskortieren müssen, weil es gibt nicht genug Jägerpiloten und auch nicht genug Raptors, dass man, äh, dass jeder einmal durchfliegen kann. Das heißt, die, die Raptor-Piloten müssen ständig wieder hin- und zurückspringen. Und deswegen. Ja, deshalb müssen die halt so drauf achten, dass sie so wenig Zeit wie möglich da verbringen. Genau. Und sie kriegen alle so einen Dosimeter, ähm, und wenn es schwarz ist, dann dürfen sie nicht mehr fliegen, dann werden sie abgelöst. Und jeder Pilot ist selbst dafür verantwortlich, das zu überwachen. Genau. Und sie kriegen ja auch eine Handvoll, äh, Stimpacks, äh, damit sie sich notfalls noch aufputschen können, aber, äh, das wird dann quasi in der Verantwortung jedes Piloten gelassen, ob sie es benutzen oder nicht. Ja, die hat ja auch schon schlechte Erfahrungen damit gemacht. Deswegen. Ja, und sie sagt ja auch, äh, das erhöht ja quasi auch den Stoffwechsel und das heißt, sie verbrennen noch mehr Kalorien in der gleichen Zeit und dadurch, dass sie alle quasi nichts mehr zu essen haben, ist halt schon doof, wenn man dann noch mehr verbrennt. Das stimmt allerdings. Na gut, aber sie haben ja dann Aussicht, dass es bald was gibt. Algen. Algen. Genau, da gibt's auch noch diese... Ich find diese Beschreibung in der Wikipedia so großartig. Da, 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 Abundant Alge. That can be used as nutritious if unappetizing food source. Da gibt's doch dann sogar noch diese Szene in, in den Privatgemäßern von Adama, wo Tai und er sich darüber unterhalten. Oder? Sie unterhalten sich doch dann darüber. Papier. Bitte? Du meinst das Papiergespräch? Ja. Wo Adama meint, ja, es gibt ein Gerücht, die Leute würden Papier essen, stimmt das? Und der Tai so, hm, nein, ist nämlich schon alle. Oder irgendwie so. Und da lachen sie irgendwie depper drüber. Ja, ja, genau. Da lachen sie so, dass Adama fast die dritten Zähne rausfallen. Das sieht irgendwie so aus, als hätte er künstliche Zähne. Ich weiß immer nicht, wenn er so die Zähne nach vorne schiebt. Nach dem Boxkampf. Nach dem Boxkampf, genau. Genau. Aber das hier geht sehr lang, wo sie lachen. Ja. Und dann fängt er an zu husten und dann hört er auf. Wie Mächte leben, ne? Genau. Und... Es gibt irgendwie noch ein Gespräch, dass es darum geht, dass sie das Zeug auch erst mal noch abbauen müssen und so. Genau, deswegen brauchen die eine relativ große Anzahl an Manpower, um das eben abzubauen. Und brauchen auch entsprechend viele Schiffe, um die Leute da hinzubringen. Und was man auch noch sieht, ist Colonel Tys Rückkehr. Das muss ja dann schon vorher gewesen sein. Colonel Tys Rückkehr in CIC. Die fand ich tatsächlich schön. Ja. Wie er da so reinkommt. Die Leute fangen an zu klatschen. Und er fängt an zu schimpfen. Die sollen endlich mal anfangen zu arbeiten. Gut, aber da hat auch jeder drauf mit gerechnet, glaube ich. Ja. Ja, natürlich. Und das Schöne war auch, dass ja Adama vorher das schon gesehen hat, dass er draußen stand und sich zurecht macht und sich schon so gefreut hat, dass er wiederkommt. Und dann, wenn er dann reinkommt, sagt er nur, Colonel. Genau. Ja, da gucken ja Leute zu. Ja, genau. Die Eltern müssen doch immer so tun, als wäre alles gut. Alles im Griff. Also, Tai ist wieder an seinem Platz, nachdem sie sich vor zwei Folgen ja ausgesöhnt hatten. Und Bulldog ist immer noch weg. Wie wir es erwartet haben. Wie wir es erwartet haben. Aber ihr wolltet ja nicht spoilern, indem ihr sagt, er kommt nie wieder. Was? Oh, verdammt. Ich habe gerade gedacht, ich bin schon wehr. Ich habe zuerst verstanden, die Bulldog ist weg. Die Bulldog ist weg. Wie war das mit dem englischen Setter? Ach so, er hat so ein Co-Executive Producer, dessen Hund heißt Hanzo, Hanzo irgendwie. Das ist der Drogendealer von der Cat. Und er wurde halt nach dem Hund benannt. Deswegen habe ich dann gefragt vorhin. Okay. Ich dachte nämlich, das ist irgendwie so ein Wort. Was ist ein englisches Setter? Das verstehe ich nicht. Ja, okay, da kam der Hund her, okay. Der Drogendealer, wo kam der denn her? Den hat man, glaube ich, zum ersten Mal gesehen, oder? Ja, die haben da halt irgendwie Zivilisten durch das Schiff geschleust. Genau, die mussten ja quasi die Zivilschiffe, die sie als Frachter jetzt benutzen, leeren und haben quasi die Besatzung und die Zivilisten, die da drauf leben, auf die anderen Schiffe verteilt. Stimmt. Und die Galaktik hat auch einen Schwung aufgenommen. Ja, ich hatte nur am Anfang kurz gedacht, ist das der gleiche wie, den habe ich damals den jungen Viggo Mortensen genannt, der in dem Widerstand war. Aber der sah dem, glaube ich, nur ein bisschen ähnlich, aber das war schon ganz anders. Das war der nicht. Der war schon älter, der andere, ja. Das sah auch ein bisschen anders aus. Ein bisschen. Das ist quasi alles anders. Ja, ich dachte nur erst, der ist das, aber der war das nicht. Genau, so. Das war ja auch ein Ehrenmann. Aragorn. Also bitte. Ja, und der sieht sie halt wieder, der sieht Kate irgendwie wieder und dann, ich sage immer Kate, das ist nochmal im Lost-Podcast. Der sieht Kate wieder und dann geht er auch gleich auf sie zu und ja, sie erinnert sich dann natürlich auch an ihn, will aber mit ihm erstmal nichts zu tun haben, weil schlechte Erinnerungen. Und Starbuck bemerkt das schon zu dieser Zeit, dass er ihr da so nachstalkt und stellt ihn dann zur Rede und er erklärt ihr scheinbar alles, was man nicht sieht, aber dann konfrontiert Starbuck eben Kate direkt danach. Genau, und dann klärt sie sie darüber auf, was tatsächlich war. Und wirft ihr dann vor eben das, was ihr eben schon gesagt habt, dass ja die, diese Drogenkuriere verantwortlich sind oder sein könnten dafür, dass Zylonen irgendwie bis in die Kernwelt gelangen. Ja, und sie wird sie bei Adama verpetzen. Genau. Und ist das eigentlich dann wirklich der Auslöser, warum Kate das macht, was sie dann macht? Oder hätte sie das auch so gehört? Ich glaube, das war schon der Auslöser, also Starbuck ist schuld, oder? Ja, ich glaube schon, dass das der Auslöser war, ja. Starbuck ist schuld. Ja, sie wollte halt beweisen, dass man sich in ihr nicht getäuscht hat. Ach ja. Also, weil sie hat sich jetzt ja nicht absichtlich umgebracht. Nee, sie wollte ja wieder zurückkommen. Ist ja auch. Sie hat sich nicht absichtlich umgebracht, aber sie, was auch ein Auslöser war, war, dass sie vorher schon ein Schiff verloren hatte, bevor sie dieses Gespräch mit Starbuck hatte. Ja, und dann, da wollte sie das eben nicht, ja genau, da wollte sie halt eben beweisen, dass sie, wie super duper, dass ihr das nicht mehr passiert. Ja. Dabei war das ja nicht mal ihre Schuld, da gibt's ja sogar noch das Gespräch dafür, dass das Race Tractor irgendwie falsche Kommandos durchgegeben hat, weil sie irgendwie Schiffsnamen durcheinander geworfen hat. Ich glaube, sie merkt sie nicht auch am Ende, wenn sie das zweite Schiff verloren hat, dass sie ohnehin schon so viel Strahlung aufgenommen hat, dass es jetzt gar keinen Unterschied mehr macht, ob sie zurückkommt oder nicht. Ja, ich glaube, das war vorher schon beim Einsteigen, dass sie ja ihre Anzeige da schon ziemlich, ziemlich war. Ja, sie hat ja ihre erste Anzeige mit Hotdog getauscht, hat ja quasi sein sauberes Ding genommen und ihm ihr altes Verbratenes gegeben, dadurch durfte er nicht mehr mitfliegen und sie durfte noch mal raus, obwohl sie selbst schon viel zu viel aufgenommen hatte. Ich glaube, bei Hilo hat sie das im Spind dann ja hinterher auch noch mal ausgetauscht. Dachte ich. Kann sein, ja. Auf jeden Fall. Ja, sie hat's auf jeden Fall. Ach nein, sie hat mit Hilo getauscht. Genau, du hast recht. Sie hat mit Hilos Badge getauscht und er durfte da nicht mehr mitfliegen. Das sollte, glaube ich, zeigen, dass sie das sogar mehrmals gemacht hat. Ja. Auf jeden Fall hat sie dann wohl gemerkt, dass es jetzt ohnehin egal ist und dann kann sie auch noch mal die Zeit, die ihr bleibt, nutzen, um eben diesen anderen Leuten zu helfen, die noch draußen sind. Also ich denke nicht, dass sie sich bewusst entschieden hat, jetzt da draußen zu bleiben, bis sie stirbt, sondern sie hat eben bemerkt, dass sie sterben wird und dass es ohnehin keinen Unterschied mehr macht und dass sie dann ihre Zeit auch noch effektiv nutzen kann. Ja. Und das Hin- und Hergespringe geht ja dann fröhlich weiter. Es werden immer wieder Schiffe verloren, weil die ja irgendwie das Problem haben, dass sie die Schiffe, also wirklich mit den Augen sehen müssen, in diesem dreckigen Nebel, damit sie Kontakt zu denen aufnehmen können. Und ja, das funktioniert leider in einigen Fällen nicht. Und Kat verliert ihr dann sogar zwei Schiffe insgesamt. Sie verliert zwei? Der das erste, wo sie dann wieder zurückkommt und genervt ist, dass sie ein Schiff verloren hat und als sie dann das zweite Mal mit der falschen Strahlenmarke rausgegangen ist, verliert sie auch ihr zweites Schiff. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Und das dritte schafft sie dann? Das findet sie ja dann wieder. Ja. Genau, das findet sie dann wieder. Ist das das zweite, was sie wiederfindet? So habe ich das zumindest verstanden. Ah, okay. Sie ist ja dann extra zurückgeblieben, um nochmal zu suchen oder um länger zu suchen. Ja, das habe ich dann auch verstanden, dass sie das zweite Schiff durchbringt. Das hatte ich nämlich auch gedacht und ich dachte gerade, du meintest, dass sie das zweite auch verliert und das dritte findet sie erst wieder. Achso, nee, nee, sie verliert das zweite, findet es aber wieder. Das erste ist weg. Weg, weg quasi. Das zweite ist nur weg. Ja, und dann zieht Adama doch ganz schnell nach der großen Ansprache in der letzten Folge, wird er jetzt noch wieder ganz schnell väterlich und mitfühlend und macht sie noch schnell zum Keck, solange sie noch atmet. Genau so als. Wer hat das gemacht? So als, weiß ich nicht, als Trost oder. Ja, was aber vielleicht gegen, also ja, wobei das ja relativ, ich meine, ja, dann sind ihre letzten Momente vielleicht ein bisschen schöner, aber man darf, glaube ich, auch nicht unterschätzen, was es für eine Wirkung auf die anderen Piloten hat, als diese, weil er macht es ja so demonstrativ vor allen, vor allen Piloten. Und ich glaube, da ist diese, die Wertschätzung, die damit ausgedrückt wird, auch wichtig für die Motivation. Ja, und sie fasst da auch wieder Mut und sagt ja noch irgendwie, ich werde aber hier noch ein bisschen liegen. Also sie hat dann wahrscheinlich nicht abgeschlossen. Starbuck hat ihr ja vorher schon Schlaftabletten gegeben oder gebracht. Also deshalb weiß ich nicht, ob sie, ob sie wirklich daran glaubt oder ob sie. Das nur sagt. Ja, genau. Ob sie das jetzt einfach nur so sagt, ja. Weil, also ich würde die, würde die Botschaft schon, die Botschaft von dem, wenn dir jemand so eine, so eine Packung Schlaftabletten in die Hand drückt, sagt ja, ja, das sind mehr als genug, damit, damit kannst du dich, dich ausknocken, würde ich schon so verstehen, wie, hm, ich glaube, du kommst hier nicht mehr raus. Ja, das wusste sie aber wahrscheinlich vorher auch schon, weil sie weiß ja, was sie gemacht hat. Was ja auch von Starbuck so, dass, ähm, so eine Art Entschuldigung oder ich, ich akzeptiere dich doch in, in unseren Reihen, du, du bist eine Gute. Hm. Ja. Ja, das war der Teil, an den ich mich erinnern kann. Äh, ja, am Ende gibt es, es gibt ja noch eine Szene auf der Galaktika danach und zwar, wenn Kara das Foto von Kat an diese Memorial Wall klebt, wo die ganzen, äh, gefallenen, äh, Piloten, Soldaten, Zivilisten halt alle zusammen an dieser Wand hängen. Ja, und Apollo so im Hintergrund rumcreept. Ja, ja, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte, das war Adama. Nein. Also, der junge Adama. Nein, ich dachte, der alte. Nein, nein, der junge. Okay, da hab ich's doch kurz weggeschaut. Das war mein Moment, aufs Handy zu schauen. Da hab ich gelesen, dass, ähm, sie das Bild über oder so, so halb auf das Bild klebt, was Kat, ähm, dahin gehängt hat, ähm, als eine von ihren Pilotinnen bei Ska, von Ska abgeschossen wurde. Hm. Okay, wirklich. Tu das nicht immer so ab, das ist Kontinuität. Ja, ja. Kontinuität. Ich versuch damit nur auszudrücken, dass ich mich da nicht dran erinnern kann. Ach so, okay. Und wo ist Billys Foto? Was? Foto? Hängt ja auch an der Wand. Foto? Nein, die Präsidentin wollte nicht, dass er hängt. Okay. Ähm, vor der Wand war ja noch die Szene, über die ihr schon gesprochen habt. Ähm, was ich da noch bemerkenswert fand, ist, dass es ja neben, ähm, dass es ja nicht nur zwei unterhalb vom Keg gibt, sondern noch zwei andere, die man so gar nicht kennt. Also ich zum Beispiel kannte den einen nicht, deswegen hab ich mal ein Bild gemacht. Der heißt, der, der dritte, ähm, wie auch man auch immer die, die dann nennt, äh, Wingman, ne, Wingman sind ja die, die Begleiter, also irgendwie der Gruppenchef oder so, heißt dann Ricky Richardson. Auch... Stell, wir brauchen einen Namen. Auch Two-Times genannt, äh, kenn nur ich den nicht oder kennt den sonst auch niemand? Ich kenn den auch nicht. Nee, kenn ich nicht. Okay, gut, aber er ist auf dem Board. Und was ich dann noch bemerkt habe, äh, was ich auch ein bisschen seltsam fand, aber das ist auch eigentlich scheißegal, ich fand's nur witzig. Sie haben Ricky, Ricky Richardson und jeden mit, jeden mit seinem langen Namen in diese Kästen gepresst. Nur bei Lee Adama, der den kürzesten Namen... Haben Sie das L abgekürzt? Ich lese gerade. Genau, haben Sie das L abgekürzt? Mir ist aufgefallen, dass einer... Statt drei Buchstaben zu machen, haben Sie einen Buchnamen und einen Punkt gemacht. Wir haben damit einen Platz gemacht. Aber ich meine, wir in Deutschland, das verstehe ich bis heute nicht, warum wir bei Städtenamen immer das Am abkürzen mit A-Punkt, also Frankfurt am Main. Ach so, ja, stimmt. Völliger... Ja, hab ich noch nicht verstanden. Stimmt. Witzig fand ich, dass einer der Piloten den Spitznamen Snitch hat. Der ist auch auf dem Bild. John Burke. Snitch. Ja, aber Snitch... Also ich hab jetzt geschaut, der kam schon vor in der Serie, der Snitch. Und warum findest du das witzig? Ich? Ich hab nicht witzig gesagt. Nee, nee, Phil. Snitch, Snitch heißt doch Verräter. Echt? Also ich kenn das nur aus so Knastfilmen und der, der mit den Wärtern redet, Also ich kenn das... Ist die Snitch. Ich kenn das eigentlich nur von Harry Potter. Und da gibt's ja den Little Snitch. Das ist doch der kleine... Wie heißt der auf Deutsch? Schnatz. Der kleine Schnatz, den sie da fangen bei diesem Fußball-Equivalent. Ja, okay, aber... Das ist jetzt keine gute Übersetzung. Schnatz. Vielleicht haben sich einfach nur vertippt. Das hat man aus Versehen auf das A gedrückt. Das kann sein. Nee, es ist tatsächlich der Verräter. Der Verräter, okay. Den Nacho haben wir auch schon ein paar Mal gesehen anscheinend. Ich hab da gerade Google-Bilder eingegeben. Nacho, R. Aber ich ehre mich nicht, ihn gesehen zu haben. Diesen Nacho. Aber anscheinend... Das war der Kek von der Pegasus. Ach so. Der, der... Unsympathler. Apollo im Schild. Ja, genau. Ja, genau. Ah, der unsympathische Trottel. Und der wurde dann ja natürlich, nachdem die Pegasus ja in Rente gegangen ist, auf die Galaktika versetzt. Und anscheinend wurde er degradiert. Offensichtlich. Bei Snitch fehlt man keinem Bild, überhaupt nichts. Na gut. Hm. Alle kennt man da ja sicher auch nicht. Und man sieht dieses Board ja auch nicht oft. Also, das hat man jetzt irgendwie mal gesehen. Das fand ich ganz interessant. Racetrack kennen wir noch. Der ist auf dem anderen Bild noch drauf. Sie ist auf dem anderen Bild. Ist das eine Sie? Ja, das ist diese Raptor-Pilotin. Mit den langen, dunklen Haaren. Die wir schon öfter gesehen haben. Ich kann den Vornamen nicht genau sehen. Vielleicht heißt die Marguerite oder so. Marguerite. Die hat ja am Anfang der Folge... Also, bei der Besprechung hat sie, glaube ich, auch was kommentiert. Irgendwas mit Essen. Kriegen wir da was zu essen? Ach so, das stimmt. Es gab noch diese Szene, wo sie die letzten Krümmel, die Piloten, die letzten Krümmel aus dem... Das war so. Also, ich musste lachen, aber... Was würdest du machen? Warte, aber... Wenn es kein Papier mehr gibt. Na gut. Aus meiner Sicht war es das. Aber die Zellonen fehlen, glaube ich, noch. Ja, da fehlt noch die Szene auf dem Base-Star. Richtig. Der kommt erst beim Extended Cut. Dann kommen wir doch jetzt zum Extended Cut. Mario. Das ist schon... Hm. Oh, verdammt. Ja. Die Diana, die hat ja immer diese komischen Träume oder Visionen. Und sie sieht halt immer diese Lichtgestalten in ihren Träumen, bevor sie stirbt. Also eigentlich, während sie stirbt, in dieser Phase, bis sie runtergeladen wird, ist das ja immer so. Und die verschwindet halt immer zu einer bestimmten Zeit. Und das finden halt Gaios immer ziemlich seltsam. Und die Caprica, erwähnt das halt auch, die verschwindet immer kurz, man weiß nie, was sie macht. Und er kommt halt irgendwie bis auf die Schliche und sie gibt es halt dann zu, ja. Aber sie hat halt, ähm, sie sieht halt die letzten fünf und sie will die Gesichter halt sehen und zeichnet es halt immer wieder auf auf dem Blatt Papier. Aber sie kann sich die Gesichter halt nicht merken, weil es einfach zu kurz ist, die Zeit, bis sie runtergeladen wird. Das ist ja im Prinzip das, was wir in den letzten Folgen schon so gesehen haben, dass sie immer wieder versucht, da diese Gesichter zu sehen. Ja, das Einzige Interessante, was ich jetzt fand, eigentlich nur, ist das mit dem, ähm, ich hab, wie heißen die? Navigatoren da. Heißen die Navigatoren, oder? Ich hab schon. Navigatoren. Ja, äh, äh, die immer Stuss und geben eigentlich. Ach, Hybriden. Hybriden. Okay, danke. Ja, und die gehen halt zu den Hybriden und Gaios steckt halt seine Hand in diese Matsche da rein. Und, ja, und der Hybriden greift halt nach seinem Arm und schritt halt Stuss anscheinend für Diana. Aber sie erkennt halt den Balter und sagt, ja, er sagt, sie hat mich hochhintet und blablabla. Und Gaios checkt schon, dass sie gerade ihn meint und ihn beschreibt. Und dann gibt sie noch komische Phrasen von sich. Natürlich denkt er das über ihn. Wer sollte das sonst? Wohl wahr, ja. Er geht der ganzen Sache ja auch überhaupt nur nach, weil Diana aus seinem Bett sich entfernt, was er sich überhaupt nicht vorstellen kann. Geht ja gar nicht. Fällt er denn ein? Und, na, Diana glaubt zur ganze Zeit, dass ein Hybrid nur Blödsinn redet. Aber Gaios merkt halt dann an, ja, nee, sie gibt eigentlich kein Blödsinn. Sie sagt nämlich ziemlich gute Sachen und interessante Sachen. Wie man zum Beispiel ein paar Dinge findet, die Erde zum Beispiel. Oder sie erwähnt auch die letzten fünf. Also mit so kryptisch Rätsel halt. Aber diese ganze Kette, die der da innerhalb von 20 Sekunden aufgebaut hat, das war schon sehr... Das ist halt so Orakel von Delphi. Ja, das bedeutet bestimmt genau das. Weil du hast da mal fünf gesagt. Na, weil die Hand hat ja fünf Finger. Aber nur einen Daumen. Und das bin ich, Gaios Balter. Gaios Daumen Balter. Also das war schon... Aber ich würde mich auch mal echt gerne selber so toll finden, wie der sich findet. Aber das war schon sehr, sehr, sehr schnell auf diese ganzen Sachen gekommen. Ja, das stimmt. Das hätte auch alles andere bedeuten können und gar nichts. Aber er ist ja unheimlich intelligent. Deswegen ist er da so schnell draufgekommen. Denn Athena... Nee, wer hatte die Kuhaugen? Sie wird auch die Kuhäugige genannt. Jupiter. Nee, nee, seine Frau. Hera. Hera, genau. Sie wird nämlich auch die Kuhäugige genannt. Das ist ja klar. Weil das ja klar ist. Auf jeden Fall... Aber da haben sie auch wieder die Götter verwechselt. Ja, weiß ich nicht. Das hatten wir schon einmal in der Serie. Das sind halt die römischen Römischen. Das ist halt eine Synthese. Winzler der Freiheit. Ja. Wir hatten ja schon mal gesagt, dass sie manchmal auch die römischen Äquivalente nehmen. Ja. Was ein Blödsinn ist. Die haben sich halt immer den Namen genommen, den sie cooler fanden. Ja, finde ich auch. Finde ich gut. Den merkt man sich leichter. Die Kuhäugige Heere. Ja, das merkt man sich. Das ist super. Ich weiß nicht mal, was das bedeuten soll. Googlen wir das mal. Wie ist denn das eigentlich in unserem Sonnensystem? Haben wir da immer die römischen Namen? Weil Mars und Jupiter ist doch beides römisch. Ja. Venus. Ja. Erde. Ja, ja, ja. Also bis auf Erde. Na, Erde ist ja Terra. Ja, stimmt. Terra ist das lateinische Wort für? Erde. Erde. Richtig, da hast du recht. Ich glaube, wir haben nur die römischen übernommen. Genau, da haben wir die lateinischen. Also die Hera reitet anscheinend eine Kuh auf einigen Bildern. Das klingt falsch. Ja, das ist ja... Ja, aber gut. Wollte sie sich nicht von Zeus begatten lassen und hat sich deswegen als Kuh verkleidet? Oder war das was anderes? Ja, aber warum sagt man dann Kuhäugig? Vielleicht hat sie sich richtig gut verkleidet. Also, ich verwandle mich in eine Kuh, aber nur in den Augen. Irgendwas hatte das doch auch mit Knossos und dem Stier zu tun, mit dem Minotaurus, oder? Ich hab die Erklärung. Ach, das ist was. Jetzt kommt's. Die plastischen Darstellungen der Hera, deren wir aber aus griechischen Zeit nur sehr wenig haben, halten sich vornehmlich an die Schädelung Homas. Große, runde, offene Augen. Im Sinne von Großäugig, als Schönheitsattribut. Also wörtlich heißt das Kuhäugig, halt auf Lateinisch. Also Bupis heißt das. Aha. Bupis, Kuhäugig. Und strenger, majestätischer Gesichtsausdruck, Körperformen, einer blühenden Matrone, dazu züchtige Bekleidung. Jetzt wissen wir's. Okay. Dankeschön. Also, Gaius Balta ist schon durchaus sehr weltgewandt. Der kennt sich aus. Der kennt sich aus. Wenn du das sagst. Ich benutze das auch mal beim Flirten. Kuhäugig. Sie finden jetzt auf jeden Fall so, was finden sie denn damit? Den Weg zu? Juppi-Stern oder so. Warum denn eigentlich zur Erde? Ja, weil die Menschen dahin unterwegs sind. Und sie wollen doch die Menschen auslöschen. Ja, aber warum finden sie dadurch den Weg zur Erde? Was war denn der Punkt, wo die Erde denn vorkommt? Ach so, ja, weil Heras Mann ist ja Jupiter. Und das Auge des Jupiter ist doch der eine Planet. Und dann müssen sie in die Richtung, weil da geht's zur Erde. Wegen der Hand. Wegen der Hand. Zulon. 23. 32. Okay, also es ist alles klar. Ja, ich bin total überzeugt. Das ist so kaputt. Gut, sie werden das schon richtig machen. Ich bin sicher, sie werden das Auge des Jupiter finden. Ja, ja, ja. Gut, das war die Zulon. Hast du noch ein Funfact, Tim? Nee, diesmal tatsächlich nicht. Die Fünffinger war ein Funfact. Legst du nämlich auf die Milchstraße deine Hand drauf, dann auf jeder Finger spielst du aus dem Planeten. Nennst du deinen Penis Milchstraße? Ja, du nicht. Ich kann das ja nochmal auf Englisch vorlesen. Das ist auf so viele Art und Weisen gar nicht so falsch. Gar nicht so falsch? Für jeden, schnell. Red einfach weiter. Nee, ich glaube, ich will das nicht auf Englisch vorlesen. Aber was ich noch sagen will, ist, dass ich überhaupt keine Erinnerung mehr an die Folge hatte und dass ich auch gar nicht mehr wusste, dass Cat umkommt irgendwann. Ich wusste es und ich habe mich auf diesen Tag gefreut. Das ging mir auch so. Du bist ja auch ein schlechter Mensch, Mario. Ich weiß. Ich komme aus Österreich. Ja, hat da jemand was zu sagen? Ja, ich hoffe, die Algen sind gut, ne? Aber es dauert noch, bis sie zubereitet werden. Mit zur Not können sie sich ja trocknen und rauchen. Können eine Menge Sushi essen. Sie könnten damit auch Sauerstoff erzeugen. Ja. Tja, es kann aber nur Balter. Und der ist jetzt nicht da, weil er hochintelligent ist. Das kann der twittern. Also die Anleitung. Ja. Hashtag Balter. Hashtag Balter. Oh Gott. Hashtag, ich bin so geil. Ja, was auch noch lustig war, ist, als sie dann von diesen Final Five wieder erzählt hat, dann eher, bin ich dabei? Ja, genau. Naja, kommen wir zur Bewertung. Da Mario eben als Letzter war, da war er jetzt als Erster. Okay. Habe ich eben gesagt. Ich meinte, letzte Woche. Letzte Woche, ja. Das dachte ich mir. Weil eben war ich nicht da am Klo. So. Also ich fand die Folge deutlich, 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 deutlich besser als die Letze. Auf jeden Fall. Echt? Es überrascht mich selber. Aber, also wirklich. Nein, ich meine, es war eigentlich jetzt sowas wieder wie eine Filler-Episode in meinen Augen. Es hat sich auch einiges wiederholt. Das mit den Final Five zum Beispiel, das hat sich auch endlich wiederholt. Das heißt ja schon in den letzten fünf Folgen, glaube ich, sicher schon durchgehend immer gehabt mit DNA. Habe ich das Gefühl. Und irgendwie, oh, wieder die letzten fünf. Oh, wieder die letzten fünf. Ich meine, es ist schon ein bisschen spannend. Ja, okay, das wird jetzt ein bisschen vorangetrieben und man gibt jetzt den Zuschauern eigentlich das Gefühl, hey, jetzt ist es mal das Thema. bald wahrscheinlich. Für Folgen später. Aber, ja. Das, ja, die Folge hatte nicht so viel Handlung. Ich meine, die hatte schon Handlung, aber jetzt keine so interessante. Da ich Kat auch nicht, was ich mag, war mir das ja nicht ziemlich schnuppe, was mit ihr passiert und was sie dann macht und dass sie auch als Heldin dann am Ende abgestempelt wird. Ähm, ja, ich gebe dieser Folge eine, ähm, 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 äh, sechs. Sechs Punkte. Ben? Du musst als Letzter, ich habe die Zusammenfassung gemacht. Ach, verdammt, hast du dich wieder gut rausgeredet. Dann, Phil. Ähm, ich gebe der Folge auch sechs Punkte. Ich fand es, ähm, ähm, ja, halt unter Strich nur okay. Ich fand es ein bisschen, also es tut mir ein bisschen leid, dass der Grund, warum Kat jetzt sich, sich so fahrlässig selber umbringt, dass der so schwer nachvollziehbar ist. Ähm, ja, das Ganze war aber nicht unspannend. Es sah sogar, also ich fand diese Szene, die direkt in diesem radioaktiven Nebel war, das, das sah schon ganz cool aus immer, finde ich. Aber im Großen und Ganzen war es halt nur nett, einfach. Ja, fand ich okay. Okay. Ich würde sogar sieben geben. Also ich habe ursprünglich sogar zwischen sieben und acht gedacht, aber da ihr jetzt schon so weit runtergegangen seid, will ich nicht so weit hochgehen. Weil so überragend fand ich sie halt auch nicht. Acht ist natürlich auch noch nicht überragend, aber dann würde ich mich auch bei sieben einpendeln. Und ich fand es halt schön, dass es mal eine Kate-Folge, Kat-Folge tatsächlich gab. So wirklich eine Folge, die nur auf Kat, ja doch, gab es schon auch mal, nämlich als sie diese Aufputschmittel genommen hatte. Vielleicht war das am ehesten eine Kat-Folge. Und Ska natürlich auch. Also doch, da gab es schon so ein paar, wo Kat auch zumindest mal mit im Mittelpunkt stand. Ja, das war jetzt hier auch eine. Wahrscheinlich die letzte. Ja. Das finde ich, ich finde es schon ein bisschen schade. Und deswegen, alleine deswegen gebe ich schon sieben Punkte. Ja, acht traue ich mich nicht. Ich gebe sieben. Du traust dich echt was mit sieben. Traut der Mario dich, wenn du acht Punkte gibst. Ben, gib doch mehr. Also ich hätte der Folge ja sechs Punkte gegeben. Aha. Aus den bereits gesagten Gründen. Es war ja tatsächlich eine nette Geschichte, die jetzt zum großen Ganzen nicht viel beigetragen hat, außer dass sie uns einen netten Charakter weggenommen hat. Ähm, aber es war jetzt halt auch keine herausragende Folge. Es war guter Durchschnitt, würde ich sagen. Wir hatten schon schlechtere Folgen. Wir hatten aber schon deutlich bessere Folgen. Und von daher, wie gesagt, hätte ich sechs Punkte gegeben. Aber, äh, da Mario Kett nicht mag, gebe ich sieben Punkte. Eine nette Geschichte, die uns einen guten Charakter weggenommen hat. Danke, Jane Aspenson. Du Komödienschreiberin. Das war ja so lustig, was du mal gemacht hast. Und dann wird sie am Ende ein Kek. Dann hat sie verstrahlt worden, hat gekotzt und ist gestorben. Der Papier wird sich von mir. Ich glaube, wir sollten dringend zu den letzten Worten kommen. Kommen wir zu den letzten Worten. Ähm, ich bin... Ist ein Snickers und der Hunger ist gegessen. Okay. Wie fies. Phil? Ricky Richardson. Ich, äh, sage Dosimeter. Und Ben, du musst... Diesmal hast du viel Zeit, dir zu überlegen, was du sagst. Ja, ich habe mir das ja schon längst ausgesucht und bleibe bei strahlende Zukunft. Ah, okay. Vielleicht können wir da auch wieder eine Kombination daraus machen, wie Richie Richardson... Wenn Snickers ist, wäre der in seine strahlende Zukunft. Ansonsten macht's gut und wir hören uns bestimmt bald wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Oh, wir haben wohl die Bewertung von IMDb vergessen. Das scheint nicht so gut an. Alter Method-Actor. Ja, ihr müsst euch mal dieses Mike Pence Video angucken. Das ist echt witzig und es geht auch nur eine Minute. Okay, dann mache ich das mal sofort. Aber das ist total gut für so Sprechrhythmus. Okay. Macht ihr jetzt William Schleppner nach, oder? Ich gehe nämlich gleich. Bleiben wir jetzt wieder in diesem Rhythmus oder nicht? Oder warten wir mal auf Jan? Weil was sehe ich mit Jan eigentlich? Der konnte noch nicht, weil er umgezogen ist, hat er gesagt. Und kein Bett hat. Ich konnte ja Bens Argumentation davon nachvollziehen, dass er kein Bett braucht zum Podcasten. Aber ich verstehe auch nicht, warum Jan nicht da ist. Also kann ich hier davon ausgehen, dass wir in zwei Wochen wieder aufnehmen, oder? Ich würde sagen, ja, weil eine Folge wird ja jetzt schon bald veröffentlicht wieder. Oder? Passt zwei Wochen wieder für alle anderen? Ja, ja, zwei Wochen wieder. Ja, Dienstag ist immer noch der Tag unter der Woche, der allen am besten passt. Ja, genau. Also ich kann auch Montag, ich kann auch Freitag. Montag kann ich nicht. Okay. Ja, dann. Donnerstag ginge zur Not bei mir auch, aber ist doof, da komme ich abends erst mit dem Schuh rein. Ja, nee, ich wollte nur mal wieder fragen, ob wir das nur einfach so weitermachen, obwohl sich bei allen irgendwas geändert hat. Nee, also Dienstag ist für mich immer noch der beste Tag in der Woche. Das größte Problem ist eigentlich immer nur, dass ich ja nicht im Schichtdienst bin. Aber bei dir passen jetzt diese zwei Wochen, oder wie? Ja, jetzt passen wieder die zwei Wochen, genau. Okay, dann würde ich es jetzt erst mal so einfach lassen und der Jan wird wahrscheinlich dann sowieso nicht können. Weil er dann ein Polster fehlt im Serpent. Weil der Letzte immer nicht kann, wenn sich schon alle anderen was geeinigt haben. Dann finde ich es nett von dir, dass du Jan als Letzten fragst. Er geht ja nicht anders, wenn er nicht da ist. Das könnte er sich ja jetzt äußern. Ja, aber er würde ja dann sagen, er kann nicht. Ein Teufelskreis. Weil er im Bett liegt. Was? Wer ist denn Mike Pence überhaupt? Der Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich dachte, das wäre irgendein Comedian. Ja. Und wer sind diese Vereinigten Staaten von Amerika? Ja, muss man den kennen jetzt, den Vizepräsidenten? Also wirklich. Aber ich muss auf dem anderen Rechner auf das Video klicken. Okay. Wobei der schon so ein bisschen auch aussieht wie der vorherige Vizepräsident. Der ist halt ein alter weißer Mann. Genau. Der mit der Schottflinte. Sieht wahrscheinlich, wahrscheinlich sieht der halbe Senat auch so aus. Okay. Guter Rhythmus. Ja, total. Ich bin immer beeindruckt, wenn Leute sowas hören können. Also schon konnte ich das eigentlich schon. William Shatner würde da nicht mit zurechtkommen mit dem Rhythmus. Jetzt kommt dann noch Trump. Ihr seid komisch. Okay. Jetzt will ich nochmal kurz gucken, wie dieser Sean Connery-Imitator heißt. Das ist doch ein ganz bekannter Schauspieler. Roger Moore. Nein, der ist tot. Dieser Sean Connery-Imitator. Meint auch nicht Sean Connery. Ich meine William Shatner. Ach so. Mag er mal. Jetzt schreibe ich doch auch Sean Connery. Das ist doch ein bekannter Comedian-Schauspieler. Ach, da ist er. Kevin Pollack. Kennt jemand Kevin Pollack? Ja. Ich hab grad kein Gesicht dazu. Dann zeig ich dir das Gesicht dazu. Der trägt meistens so Schildkappen, gell? Hier jetzt nicht. Aber den kennt jeder, wenn er ihn mal gesehen hat. Ja, ja, ja. Da. Oh, da ist er aber noch jung. Das mag sein. Da hat er wahrscheinlich noch keine Schildkappen getragen. Aber der ist auch lustig halt, wenn er mit dem Shatner nachmacht. Weil auch so die Handbewegungen dann überhaupt nicht zum Reden passen und so. Ab Minute, ab 48 Sekunden geht's eigentlich los. Bei Family Guy machen sie den ja auch öfter nach. Das ist sehr ähnlich. Jetzt hab ich grad Family Guy gefunden. Oh Mann. Aber danke, dass du mir das Weihnachtsalbum von William Shatner empfohlen hast. Ja. Das war ja lustig. Ja, da musste ich direkt an dich denken. Ich werde jetzt Jingle Bells nur noch in der William Shatner Version hören. Und Silent Night war mit Iggy Pop. Aha. Was tippt ihr denn? Das war eine dramatische Todesszene. Sieht nichts. Ich glaub, mein Hals tut weh. Ich muss mal einen Tee holen. Steck den Finger rein. Nee, der ist schon drin. Vielleicht soll ich ihn rausnehmen beim Reden. Wie kannst du denn noch reden? Das ist ja krass. Ja, hol dir mal einen Tee. Ich fang jetzt gerade wieder an, nochmal alle Marvel-Filme zu gucken. Oh Gott. Damit ich im März bereit bin für die letzten zwei. Ich hab sogar den Hulk mitgeguckt. Ja, okay. Wobei der gar nicht so schlimm ist, wie alle sagen, finde ich. Aber ich bin mal gespannt auf die letzten beiden. Der neue Trailer, also neu, da waren ja gefühlt nur drei Prozent neue Szenen drin, aber der sah schon ganz cool aus. Bin mal gespannt, wie sich da wieder rausgeht. Für den Captain Marvel oder ... Ja, der auch. Nee, hier Avengers, der neue. Ja. Aber Captain Marvel will ich auch unbedingt sehen. Ja, da bin ich gespannt, weil ich kenn die auch überhaupt nicht. Also nicht mal aus irgendwelchen Comics oder so. Captain Marvel kenn ich wirklich überhaupt gar nicht. Captain Marvel? Ja. Ob der Film ansetzt, also ob das Ende von dem Film ansetzt an Avengers. Ich bin kein Marvel-Fan, ich guck sowas nicht. Das glaub ich nicht. Also aus dem Trailer raus ist es einfach jetzt praktisch die Origin-Story für Captain Marvel, oder? Ja, ich weiß. Aber ob sie am Ende vielleicht irgendwie da nochmal drauf eingehen, dass sie ja gerufen wird am Ende von Infinity War. Ja, ja, vielleicht noch am Ende des Films, weiß ich nicht. Aber ich glaub ... Mach man nicht wieder in irgendeiner Credit-Szene oder sowas. Ich glaub eher, dass es da darum geht, Captain Marvel halt vorzustellen und dann im ... Im nächsten Avengers. Im Darknet findet man das schon. Ich bin wieder da. Okay. Was? Ja. Nee, alles gut. Mario ist doch aus dem Darkroom. Das war sehr dunkel. Ja, wär ja auch komisch, find ich. Ja. Ja, 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 ja. Hm. Muss ja sagen, meine Begeisterung für Dune 2000, dass ich ja extra gepatcht hab, damit auch die Movies gehen, ist relativ schnell wieder abgefallen. Echt? Okay. Ich hab so bis Level 5 gespielt und dann kam ich nicht weiter. Das war die, wo man zum ersten Mal ... Was war das denn? Da konnte man so einen Piratenhafen noch einnehmen und da konnte man dann Einheiten rufen, kaufen. Das war das erste Mal, dass man diesen Hafen hatte. Raumhafen. Und da irgendwie hab ich das zweimal nicht geschafft, dann hatte ich keine Lust mehr. Ja, das geht mir aber mit alten Spielen oft so, dass es dann doch ... Man merkt dann doch schnell, wie viel ... Wie heißt das Wort? Wie viel Leid man früher ertragen hat. Ja, da ist halt doch viel verklärt einfach. Oder man hat sich an Komfort-Dinge gewöhnt mittlerweile, die will man einfach nicht mehr haben. Hast du es denn durchgespielt? Ja, aber auch tatsächlich, dass die Spiele heute auch leichter sind. Ja, das glaub ich auch. Ja, das stört mich aber auch überhaupt nicht. Ich hab auch keinen Bock mehr, mich so wie früher irgendwie fünf Stunden in eine Mission zu verbeißen. Dreimal. Fünfzehn Stunden. Wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, dann lass ich's halt sein. Ja, man ... Früher hat man das ... Also, ich mein, bei Dune 2000 war schon nicht mehr diese Zeit, aber vorher hat man sich in die Spiele ja reingesteigert, weil man ja sonst nix hatte nebenher. Mhm. Ja, ich hab dafür einfach nicht mehr so Zeit. Aber heute, wenn du da irgendwo nicht weiterkommst, dann schmeißt du halt einfach das Nächste an. Ja. Scheiß drauf. Meine alten Super-Nintendo-Spiele hab ich auch gespielt bis zum Gehtnichtmehr, weil ich hatte ja sonst nix. Und dann musste ich das halt versuchen und versuchen und versuchen. Und da gab's auch kein Internet, wo man mal nachgucken konnte, wie's weitergeht. Ich hab bestimmt früher ein Jahr lang an Zach McRecon gespielt oder so. Weil dann kam er irgendwie wieder nicht mehr weiter und dann hat man irgendwie in der Schule nochmal jemanden gefragt, der dann schon weiter war. Und dann kam er doch wieder irgendwie, hat man einen Tipp gekriegt und irgendwann ging's wieder weiter. Ja, genau. Und heute googelst du schnell, hast nach 30 Sekunden deine Lösung und spielst einfach weiter oder hörst auf. Ja. Das ist halt schon ein bisschen schade. Man weiß nicht, beschäftigt sich auch nicht mehr so lange mit Dingen wie früher. Ja, weil's ja auch halt, wie du schon sagst, viel mehr gibt. Ja. Aber ob das jetzt so viel besser ist, weiß ich nicht. Man muss ja nicht mehr jeden Scheiß fressen. Aber wir hatten noch nix. Ja, ich bin da. Ja, von mir aus können wir anfangen. Wenn Tim's Tee fertig ist. Mein Tee ist fertig. Sonst wäre er ja im. Was? Ich wäre in. In da? Tim wäre ohne sein Tee doch nur in. Oh. Piu. Jetzt weißt du mal, wie es mir geht, wenn ich einen Witz gemacht hab. Ja, aber ich wusste vorher schon, dass er scheiße ist. Puh. Weil wäre ich überzeugt davon gewesen, dass es ein guter Witz wäre, hätte ich ihn nicht erklärt. Das stimmt. Dann hättest du ihn auch nicht erklären müssen. Genau. Was dann? Hättest du ihn nicht erklären müssen? Genau. Ja, okay. Na gut. Dann starte ich das. Ah, wir haben auch hier nach alter Tradition wieder einen Einspieler. Jetzt bin ich gespannt. Kotzen. Kotzgeräusche, wie sie aus den Jägern aussteigen. Oh. Kara Trace liebt Liedamme. Oh. Das ist ein bisschen feindlich. Das wird jetzt rausgestimmt. Die Szene wird nie angezeigt. Wieso, ich hatte das Gefühl, in der letzten Episode kam diese Szene auch einfach zehnmal. Nachbar. Ah. 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 Vielen Dank.